Die Feuerwehren der Verbandesgemeinde Bitburger Land, der Löschzug 2 und der Löschzug 3 wurden alarmiert zu einem Gebäudebrand im Eifelpark in Gondorf. Dort stand die Sternenalm im Vollbrand beim Eintreffen der Einsatzkräfte. Danach wurde die Alarmstufe vergrößert. Es wurden zusätzlich den Löschzug 9 alarmiert und zuläschte Tanklöschfahrzeuge aus Speicher, Bitburg und Wolfsfeld und Kilburg. Auch den AB Tank mit 10.000 Liter der Logistikgruppe wurde zuläschte alarmiert. Der Vollbrand war anfangs etwas schwierig zu löschen, weil im Bereich des Küchen- und des Vorgungsbereichs noch etliche Gasflaschen und Gasdruckbehälter heruntergekühlt werden mussten. Danach sind die Löscharbeiten zügig weitergelaufen. Die Wasserversorgung wurde aus dem Eifelpark hier sichergestellt über längere Schlauchleitungen. Zusätzlich haben wir eine weitere Wasserversorgung aus dem Brandweier Gondorf über einen Kilometer zur Einsatzstelle sichergestellt. Zur Hauptzeit hatten wir gemeinsam mit dem DRK rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Es gab hier beim Einsatz jetzt keine verletzten Einsatzkräfte. Der Feuerwehr, der Park hatte keinen Publikumsbetrieb. Das heißt, es gab nur Beschäftigte im Park. Wir haben gesehen, dass die Halle, die Festhalle, wie auch eine Wiesenhalle im kleineren Maßstab, dass die eben komplett im Vollbrand stand. Und dadurch haben wir halt gesehen, dass es halt verschiedene Schwerpunkte gab. Was wir sichern konnten, das ist der rückwärtige Entsorgungsbereich. Verschiedene Kühlcontainer im Küchenbereich konnten auch noch gesichert werden, sodass einfach nur die Halle im Zentrum betroffen ist. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017